Ja, Wahnsinn. Ich habe ein Gefühl, als wäre ich nie weg gewesen. Das ist alles relativ vertraut. Ich kenne schon noch viele Spieler von damals. Klar, das Trainingsgelände hat sich schon ganz schön verändert, das ist klar. Aber sonst, das Umfeld ist immer noch relativ vertraut. Das ist echt Wahnsinn. Wann hatten wir Kontakt? Angefangen hat es am Montag, also vor genau einer Woche, hatten wir den ersten Kontakt. Wir hatten uns dann während der Woche angenähert. Unter der Woche war ich dann in Hamburg, um mich auch ein bisschen vorzustellen und damit auch die Verantwortlichen Wissen so einen Eindruck bekommen, was ich für ein Typ bin. Ich glaube, es hat von Anhieb auch gepasst. Es ist halt schön, wieder hier zu sein. Es ist super, auch wieder mit einer Mannschaft zu trainieren, gerade mit der Lehrmannschaft, wieder in Hamburg zu sein, wieder beim Verein zu sein. Das ist super.